Yo Freunde, heute wieder ein neues Video und zwar werde ich heute eine neue heftige Challenge machen und zwar die 72 Stunden nicht schlafen Challenge. Ich werde ab heute, ich gucke gleich wie viel Uhr wir haben, ich glaube so 11, 12 Uhr, werde ich jetzt 3 Tage lang versuchen nicht zu schlafen und ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich bei so einem englischen, wie ich mich übersehen, werde ich auf jeden Fall auch mal versuchen, 3 Tage nicht schlafen und ja, ich bin gespannt, es ist jetzt gerade 12 Uhr, ich habe jetzt Ferien, deswegen kann ich das auch machen, 3 Tage nicht schlafen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Cut, 3 Tage lang nicht schlafen, los geht's. So Freunde, erstmal zum Stand auf jeden Fall, der Dinge, wie habe ich das jetzt vor, wie möchte ich das jetzt machen, also 72 Stunden ohne Schlaf, joa, gucken wir mal auf die Uhrzeit, hier ist mein Name, den werde ich gleich verpixeln. Da seht ihr jetzt, es ist gerade der 1. Januar und wir haben 15 Uhr 58. Ich versuche dann halt bis, ja, 72 Stunden halt, dann wieder ohne Schlaf auszuhalten. Und das Ganze ist halt möglich, weil ich wirklich auch Ferien habe und ja, einen Tag nach Silvester, erstmal gute Rutsche an alle und ein großes neues Jahr. Ja, auf jeden Fall versuche ich jetzt 72 Stunden lang wach zu bleiben, habe das irgendwie bei jedem englischen YouTuber gesehen und dachte, komm, das machst du auch. Auf jeden Fall, ja, ich habe hier Wasser, um wach zu bleiben, die meisten würden jetzt sagen, trink Energydrinks oder so, das Ding ist, ich hasse Energydrinks. Ich bin so einer, der vertrinkt das auch nicht so gut, ich hasse einfach Energydrinks. Aber das gute alte Wasser, Leute, das hält mich auf jeden Fall auch wach und ich glaube, ich werde die 1. Nacht so verbringen, dass ich sehr viel auf Netflix gucken werde, obwohl ich schon meine Serie durch habe, Shazen Cameron, das war echt eine nice Serie. Aber, joa, ich muss auf jeden Fall jetzt wach bleiben, 72 Stunden. Ich habe jetzt auch gut lang geschlafen, ich glaube so bis 11, 12 habe ich geschlafen, habe danach echt gut gefrühstückt. Und jetzt ist es 16 Uhr auf jeden Fall und 1. Januar, wir sehen uns dann auf jeden Fall, was weiß ich, heute Abend vielleicht. Bis gleich. Leute, das werde ich mir jetzt geben, weil Wasser ist gesund. Energydrinks sind scheiße, joa, jetzt haben wir gerade, wie viel haben wir jetzt? Immer noch 16 Uhr, aber erstmal ein bisschen Wasser, dass mit der Startschuss beginnt. Also Freunde, 20 Stunden, kein Schlaf, ich muss wach bleiben, ciao. Ja, so Freunde, ja, ich glaube ein sehr großer Zeitsprung von weiß nicht wie viele Stunden, 8 oder so. Auf jeden Fall ist es jetzt 07, wie ihr sehen könnt, Montag, 2. Januar, 07. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier ein bisschen, hier ein bisschen Netflix angucken, den ganzen Shit. Und ja, ich muss auf jeden Fall wach bleiben, bis jetzt bin ich noch ganz wach, weil in den Ferien ist es ja eigentlich so Standard, so 1, 2, 3 Uhr schlafen zu gehen. Deswegen bin ich jetzt jetzt noch komplett wach. Ich melde mich dann nochmal so um 5 Uhr oder so, bis, wenn ich da nicht schon eingeschlafen bin, auf jeden Fall, wir sehen uns ja gleich. Ich gucke jetzt ein bisschen Netflix and chill. Na, habt ihr Bock? So, Friends, mal gucken, was ich jetzt gucken werde. Ich habe irgendwie mal wieder Bock auf irgendwie, das ist zum Beispiel witzig, aber ich weiß ja nicht, was ich gucken werde. 8 Mile, für alle, die den Film nicht kennen, ist ein richtig geiler Film. Über Eminence, so, über Eminence ist auf jeden Fall ein richtig netzter Film, man sieht auch die Bewertung da. Ja, 5 Sterne, den werde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal geben und dann halt noch andere Filme. Let's go. Der schiedt ihm richtig, wuhu. Yo, Gippie, oh. Wie der guckt, Alter. Ach du, oh. Leute, der Diss war legendär. Sein richtiger Name ist Clarence. Gippie, guck mal, wie er guckt. Alter, Eminem ist ja einfach nur heftig. Oh mein Gott, ich war noch gar nicht fertig. Ihr richtet schon. Leute, ich bin müde. Es ist... Wie viel wollen wir? Hallo, ist mein Handy. Weiß, es ist 5 Uhr morgens. Ich bin müde, ich will schlafen gehen. Alter. Ich trinke jetzt noch ein bisschen Wasser und dann hoffe ich, dass ich wieder wach werde. Dummy, ich hab anhört, ich trinke jetzt noch ein bisschen Wasser. Ich bin ganz hart erzielt. Nein, aber ich gucke noch Hangover. Aber es wird langweilig. Und es ist 5 Uhr morgens. Ich hab immer noch nicht geschlafen. Wer sonst dann gleich in den Zell ist. Tschüss. Oh Junge, das Licht strahlt richtig. Wow, Alter, es ist wieder richtig. Alter. Auf jeden Fall hab ich gerade noch Netflix geguckt. Musst du jetzt mal umziehen. Von daher haben wir jetzt wieder 11 Uhr. Also das ist jetzt haben wir einen Tag ohne Schlaf. Ich muss zugeben. Bis jetzt geht's eigentlich voll klar. Man hat ja schon mal öfter so Nächte durchgemacht oder so. Das ist jetzt nicht so schlimm, einen Tag. Ich schätze mal, nächste Nacht wird schwerer. Ich weiß nicht, ob ich 72 Stunden schaffe, aber bis jetzt bin ich noch fresh like your motherfucker. Und an alle Pescher, die mir nicht glauben, es ist 11 Uhr 15, zweiter Fokus hier. 11 Uhr 15, zweiter Januar. Bitches. Also glaubt mir, es ist 11 Uhr 15, zweiter Januar. Ich mach ihn jetzt fresh und dann geht's los. Hier Leute, heute hab ich so einen Sandfarben-Polyan. Chill ich. Auf jeden Fall geh ich jetzt mal ein bisschen raus, ein bisschen rum. Ja, hab halt eigentlich nicht viel geplant. Heute sollte eigentlich ein Schläger-Tag werden, aber halt sehen. Bis gleich. Hier ist auf jeden Fall schon halb vier. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Da fühlt sich jetzt schon so ein bisschen müder, aber ich glaub, heute soll das eigentlich ganz gut funktionieren, der Tag. Damit ihr keine Videos auf meinem Kanal verpasst, Freunde, aktiviert bitte mal die Glocke neben dem Abonnierzeichen. Das kostet nichts, genau wie abonnieren. Das ist alles kostenlos und ihr kriegt einfach nur eine Nachricht, wenn ich was hochgeladen hab, weil es einfach bei so vielen nicht mehr angezeigt wird, da YouTube ja gerade einen Bug hat. Also Freunde, geht auf die Glocke und geht einfach auf, ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten, Häkchen machen und einfach speichern. Und da kriegt ihr ab sofort immer eine Benachrichtigung. Das ist auch beim Handy, so also macht es auch beim Handy, wenn ihr das nicht auf dem Laptop habt. Auf jeden Fall bitte aktiviert die Glocke, damit ihr immer informiert seid und immer wisst, wenn ich ein neues Video aufgeladen hab. So Freunde, draußen ist komplett dunkel, man sieht nur noch so ein paar Umrisse oder gar nichts. Ich versuche noch ein bisschen aufzudrehen. Ja, da sieht man so ein bisschen Schnee. Auf jeden Fall ist es draußen jetzt komplett dunkel, 18.24 Uhr, deswegen ist es draußen auch schon dunkel. Freunde, es ist so langsam, ich werde langsam echt müde. Heute war einfach nur so ein Tag, wo ich drin ein bisschen geschillt hab. Vielleicht zittert er auch schon so, ich kann die Kamera gar nicht mehr richtig halten. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt langsam echt sehr müde werde. Es ist jetzt, wie gesagt, schon halb sieben. Ich bin, ich mach glaub diese Nacht noch. Ich weiß nicht, ob ich auch noch die dritte mache, weil langsam wär ich echt sehr müde und ja, ich weiß nicht, ich hab mehr Bock eigentlich einzupennen. Nein, aber es ist wirklich sehr spät, also es ist jetzt schon... Alter, was ist das, was glaub ich für's Scheiß, Alter? Auf jeden Fall, ja. Ich versuche es jetzt noch durchzuhalten, diese Nacht bis morgen 11 Uhr. Oh, ich weiß nicht, vielleicht brech ich ja schon 48 Stunden ab, weil ich weiß nicht, ob ich die 72 Stunden auch noch schaffen werde, weil, Alter, ich weiß einfach nicht. Ich bin langsam gerade echt schon sehr müde. Hab heute auch den ganzen Tag wieder gechillt, irgendwie ein paar Serien auch noch gekobt, aber da werden wir doch einfach nur müde von dem ganzen Serien gucken und generell. Und ich hab mir die ganze Zeit auch nur Wasser getrunken und ich trinke ja keine Energies, weil ich hab keinen Bock auf Energy, ich hasse Energies. Ja, jetzt will ich hier... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Am liebsten würde ich jetzt einfach... Ein... So, Freunde, es ist 23.28 Uhr. Ich werde gleich auf jeden Fall meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, und zwar Netflix gucken, weil ich einfach... Was machst du? Boah, ich rede auch noch ins Video. Ins Video? Ich hab... Das wenig. Doch, ich hab jetzt schon. Ich muss bis morgen, hab ich 48 Stunden. Ja, ich lebe jetzt mein gemütliches Wetter auch. Ja, ich bin ja auch noch... Geht so, weil ich kann doch auch durchhalten die Nacht. Ich weiß nicht, ja, halt auch. Du Arschloch. Er sagt auch noch, es ist gemütlich, er geht jetzt als Penn. Freund, ich will jetzt auch gerne Penn gehen, aber ich kann einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht brech ich morgen nach 40 Stunden ab. Weil ich weiß einfach nicht, ist es einfach echt anstrengend, so lange wach zu bleiben. Ich glaube, ich mach 48 Stunden. Ich weiß noch nicht, bis morgen. So, Freunde, jetzt wieder hier um 0.41 Uhr. Auf jeden Fall hab ich jetzt ein paar Runden GTA Online. Ich muss meine Kamera hier eben am Stellen. Da seht ihr es. Der Typ bin ich. Das ist mein Kader. Auf jeden Fall fahr ich jetzt ein bisschen rum so, geh so ein bisschen rum, da. Ich steige in meine geile Karre rein. Mit einer Hand GTA spielen. Nein, auf jeden Fall zack, jetzt noch ein bisschen GTA. Es ist 0.41 Uhr. Ich bin aber jetzt recht wach. Und wir sehen uns dann später. Ciao, Freunde. Leute, also ich musste gerade auf den Klo, weil ich bin aufgehört, musste auf den Klo. Und dann bin ich an Cedric seiner Tür vorbeigegangen. Und dann hab ich überhaupt nichts gehört. Und deswegen will ich gucken, ob er pennt oder nicht. Und dann bis gleich. Was hast du zufüßt? Oh, mach dich da aus. Ja. Mach dich da aus. Mach dich da aus. Hör zu. Was gibt's da rein? Schreibst du mit Bitz ins Gesicht? Ich muss mal gucken, ob die pennt. Ja. Ja, ist gut. Felix. Pennt er einfach. Felix. 8.30 Uhr, Freunde. Hier noch einmal für alle. Das könnt ihr gar nicht sehen. Fuck. Doch. 8.30 Uhr. Ich bin immer noch wach. Ich werde langsam verrückt, weil ich will schlafen. Felix, stier auf. Komm, wir nerven ihn einfach. Was wollen wir machen? Ich werfe ihm einfach ein Glas Wasser ins Gesicht. Was soll ich? Nein. Hallo? Du da. Dann ziehen wir ihm einfach Magie-Decke weg. Da hab ich ihn. Steh bitte auf. Irgendwo pisst ich. Es ist 8.20 Uhr, mein Herr. Aufstehen. 8.21 Uhr sogar. Heute auf jeden Fall. Warum wichst du mich, Mann? Ich will so ne Scheiße. Ich will auf jeden Fall haben wir jetzt. Was wir haben jetzt? Da kann man es sehen. Mach, zeig. Ich wichst du da eh meinen Namen. 11.35 Uhr. Ja, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hab ich jetzt 48 Stunden durchgehalten. Und eine halbe. Ihr könnt auch meine Augen sehen, die sind schon wie so am drehen. Was haben wir die ganze Rock Rock. Jetzt komm bald ich. Auf jeden Fall, wenn ihr euch gefallen habt, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin 48 Stunden. Sind auch schon viel. Jetzt sag, Mann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.